warum mache ich das nur 15 mal warum mache ich das nur und immer nur eine minute pause moin moin und herzlich willkommen zurück zum dritten blog eintrag auf meiner reise zum iron man 73 duisburg ja ihr habt vielleicht gerade schon zu anfang des videos gesehen ich wurde die letzten vier wochen ordentlich gequält hatte aber auch sehr sehr viel spaß dabei und ich muss sagen ich merke tatsächlich wie sich die schinderei auszahlt klar gibt es irgendwo harte tage wo ich mir immer wieder an kopf fasse und mich tatsächlich wirklich frage warum mache ich das überhaupt warum habe ich so einen spaß daran mich zu quälen aber das ist halt irgendwo so wirklich nur wenn harte intervalleinheiten anstehen so zwei drei intervalle wo ich wirklich das verfluche wo ich gar keinen bock habe aber sobald ich dann die einheit absolviert habe ist schon wieder halb so wild und ich bin irgendwo froh und dankbar dass ich es gemacht habe und freue mich auf die nächste harte intervalleinheit ja die letzten vier wochen irgendwo wie im fluge vergangen trainingstechnisch stand gar nicht so viel neues oder anderes an wir arbeiten immer noch an der entwicklung der v2 max im laufen und auf dem rad ich glaube somit die größte änderung in den letzten vier wochen war dass wir das kraft und schabby training ein bisschen reduziert haben und dann ja mal so den fokus wirklich auf die nachbereitung der läufe oder rad einheiten gelegt haben ja lauftraining was hat sich da geändert was habe ich da trainiert es war so dass die läufe langsam länger wurden und tatsächlich auch ein zwei ganz lange läuft mit dem platzern bis zwei stunden die haben irgendwo richtig viel spaß gemacht und sonst war es halt eher so dass wir laufprogramme hatten wie zehn mal eine minute eine minute bis hin zu zwei mal zehn mal ein die habe ich meistens am deich gemacht weil ich hätte einfach keinen guten berg gefunden habe wo ich wirklich sage ich kann eine minute hochlaufen und laufe dann runter und habe genau eine pause das war so das warum ich gesagt habe ich möchte es am deich machen oder ich mache was am da ich das hatte ich so hätte ich nie gedacht dass man wirklich quasi nach zwei mal zehn minuten eine minute eine minute so im arsch ist warum mache ich das nur 15 mal warum mache ich das nur und immer nur eine minute pause ja ich habe euch heute mal auf mein heutiges training mitgenommen ich war heute am deich war 15 minuten einlaufen knapp da kurz lauf abc gemacht danach das kurz mobility und danach hieß es 15 mal eine minute eine minute pause also insgesamt eine halbe stunde arbeiten pace bereich war immer so 3 20 bis 3 15 die pausen bin ich immer so fünf minuten bis 5 15 gelaufen und ja war geil und ich hoffe das malochen bringt ordentlich was jetzt geht es noch kurz auslaufen dann ein bisschen themen blackroll und ihr seht hier am deich eigentlich ganz gute bedingungen da hinten sogar ein leichter berg ja bis bald das waren so wirklich die killeinheiten die ich mit der meisten verfugt habe aber glaube ich auch die die ich bisher noch nicht so gemacht habe und die mich auch weiter bringen dann gab es lauftechnisch noch so ein kleines highlight nicht nicht für mich aber für mein kumpel max der hier eigentlich mal wenn ich sage ich brauche ein bild auch video immer erhalten muss und mich dabei unterstützt er hatte mir den auftrag fünf kilometer pb zu laufen und das hat er tatsächlich jetzt im ersten märz wochenende nach einer zwölf stunden schicht und auf den morgens um fünf geschafft und da die fünf kilometer in 20 minuten gelaufen da war ich ein bisschen stolz auf ihn hat mich richtig gefreut dass er da auch mal irgendwo so ein erfolgserlebnis hatte und jetzt auch eine zeit hat mit der er sich eigentlich gar nicht verstecken muss dann das größte highlight jetzt der letzten vier wochen war glaube ich mitte februar der frühlingsausbruch wobei mal ein wochenende wirklich frühlingshaften temperaturen warm mit irgendwo 16 17 grad und einige leidensgenossen wirklich frei gedreht sind und sagten sich ich will jetzt hier schon mal mein wettkampf material raus und fahr dann immer einen teiler über den deich also naja kann man machen muss man aber nicht weil wenn wir ehrlich sind 16 grad jetzt nicht so warm dass wir sagen können wir fahren jetzt kurz kurz selbst kurze hose fand ich war grenzwertig als wir dann gesehen haben dass so tolles wetter werden soll haben wir kurz rücksprache gehalten und haben uns entschieden dass wir das nutzen und mal zwei längere rad einhalten schon mal einbauen so dass ich ein wochenende hatte mit neun stunden fahrrad fahren und irgendwas bei fast 300 kilometern das war geil hat spaß gemacht und mir auch wieder gezeigt so hey genau deswegen möchte ich eine mitteldistanz machen weil ich halt diese langen einheiten wertschätze zu den intervallen oder zu den intervallprogrammen lässt sich sagen dass wir da ein bisschen weggegangen sind von diesen klassischen 1x13x30x15 oder 4x4 minuten gesplittet und hinten drauf noch mal irgendwo so 10 bis 15 minuten sweet spot klar waren da halt auch so diese klassischen 30 15er oder 40 20er mit dabei aber eigentlich mehr so fünf mal fünf gesplittet was heißt 5x5 gesplittet das sah halt so aus dass wir die für minuten dreieinhalb und anderthalb aufgeteilt haben und dann die dreieinhalb minuten irgendwo bei 110 bis 115 prozent der ftp gefahren sind und anderthalb minuten bei 120 bis 125 und das haben wir so ein bisschen variiert dass wir mal die eine woche haben wir dreieinhalb und anderthalb gemacht und die woche drauf anderthalb und dreieinhalb und natürlich dann immer hinten raus und suites vorbei 95 prozent der ftp das war eigentlich das was so die letzten vier wochen groß passiert ist ansonsten lässt sich halt noch zu meiner trainingssituation sagen dass ich ja aktuell klausuren schreibe und viel abends im dunklen trainiere da auch irgendwo wirklich dankbar bin dass halt kumpel max obwohl er halt tagsüber rein theoretisch trainieren könnte dann immer sagt hey ok ich warte jetzt hier auf dich wir machen das abends gemeinsam das ist tatsächlich was was ich wertschätze und wo ich halt mega glücklich darüber bin dass ich dann halt abends selbst wenn halt jetzt jetzt wie heute sechs grad sind dass ich jetzt nicht alleine raus geben muss und mich dadurch kümmern muss sondern dass wir uns leider zu zweit quälen und uns freuen dass wir uns einfach mal wieder selber wehgetan haben ja sonst gibt es gar nicht großartig viel neues wenn ich jetzt mal einschätzen müsste wie mein fitnesslevel oder fitnesszustand nach den ersten zwölf wochen ist dann würde ich sagen bin ich im vergleich zum vorjahr schon zwei drei wochen im voraus habe ich zwei drei wochen vorsprung ich glaube aber nicht wirklich dass es halt jetzt an der umstellung liegt oder am neuen plan sondern es ist eher daran lag oder liegt dass ich halt letztes jahr im januar zwei wochen nicht da war weil ich da ja bei den jugendspielen in lausanne war und da halt nicht wirklich trainiert habe müsste ich jetzt mal meine trainingsdaten angucken und für die nächsten zwölf wochen das mal protokollieren vergleichen und abschätzen wie es dann ausschaut ja wie die nächsten zwölf wochen bzw vier wochen aussehen steht noch nicht zu 100 prozent fest ich weiß nur dass ich sehr sehr viel ballern darf was mich sehr glücklich macht und ja wenn es dann irgendwo was spannendes gibt lasse ich es euch wissen und damit sind wir dann heute auch wieder durch wenn euch das video gefallen hat dann lass doch mal gerne daumen hoch da oder noch besser abonniert einfach den kanal dann verpasst ihr auf jeden fall auch keines der neuen videos weil da kommt demnächst auch noch sehr sehr spannender content den meine brüder da produzieren und dann danke ich euch fürs angucken und freue mich über feedback in den kommentaren oder ich schreibe mir direkt eine nachricht oder schreibe an den teamk instagram kanal bis bald und bleibt gesund